Es ist wieder Zeit für eine grandiose, gewitzte, geheimnisvolle, geistreiche, galante, großartige Blackbox. Herzlich willkommen bei Young Tantam. Es ist wieder Zeit für eine Blackbox Challenge. Wir sind im Alphabet beim Buchstaben G angelangt. Und in dieser Box sind Zutaten mit den Buchstaben G, die ihr ausgewählt habt. Und ich schaue mir das jetzt an, aber vorher kurz die Regeln, wie das Ganze hier funktioniert. Wir müssen ein Gericht eben aus diesen Zutaten kochen. Möglichst eins. Wir sind gespannt, was drin ist. Los geht's. Wow, okay. Wir haben einen Granatapfel. Lecker, köstlich. Mit Grünkohl, weiß ich noch nicht. Also ich liebe Grünkohl, aber ja, Granatapfel. Eine Gurke. Ja, das war zu erwarten. Ja. Aber ich würde sagen, mit Glas Nudeln. Oh, okay. Okay, okay, okay. Griechischer Joghurt. Aha, da hat man es sich also einfach gemacht. Dazu eine Grapefruit. Gewürzgurken. Mmh, lecker. Gauder Käse. Garnelen. Schöne Grünkohl, Garnelen. Wer kennt sie nicht? Und last but not least, ich würde sagen, das ist Gemüsebrühe. Ja, danke. Boah, das ist echt schwer heute. Okay, also das, was mit Nudeln gibt, ist klar. Den Grünkohl mit dem Sahnejoghurt, sowie Spinat, wie Rahmspinat. Oder Gewürzgurken, liebe Gewürzgurken. Aber da in der Kombi darf erst mal eine Gewürzgurke. Ah, das geht nicht jetzt. Ah, okay, also Vorschlag. Das hier wird einen Salat mit den Garnelen, die wir vorher in dem Gemüsevorkochen. Zumal hier, ja. Und dann machen wir so eine Grünkohl-Rahmengeschichte. Was ist, wenn wir den reiben und so Crunch-Taler am Ofen daraus machen? Ah, gut, finde ich eigentlich schlau. Na gut, let's go. Okay, willst du dich erst um die Krise kümmern? Ja. Okay, ich fange einfach mal an mit der normalen Gurke. Reicht uns das Stück von Sohn, du sagst mir, ich würde halt das Innere so ein bisschen rausholen, ne? Ja. Warum holt ich das Innere raus, damit wir nicht so viel Wasser da drin haben? Dann bleibt das Ganze ein bisschen knackiger und wird nicht so saftig. Also ich würde sagen, es ist die schwierigste Blackbox, die wir je hatten. Zum Glück ist das jetzt nicht noch Oracle Challenge, wo wir dann so einen Plan gemacht haben. Und dann funktioniert das nicht mal. Wenn ihr unsere Oracle Challenge noch nicht kennt, dann müsst ihr halt einfach abonnieren und die Glocke läuten. Was ist dein Lieblingswort mit G? Mein Lieblingswort mit G. Boah. Spontan würde ich jetzt wirklich so viel grandios oder geil. Wahrscheinlich geil, weil ich gerne geil sage. Geil. Das ist auch das Wort, was ich immer als erstes beibringe. Wenn mich jemand fragt, kannst du mir mal ein deutsches Wort beibringen? Geil. Was ist sein, wenn es die Wort? Ich mag Gedärme. Weil es witzig ist und ein Umlaut hat. Und ich finde, alle Wörter mit Umlaut sind immer witzig. Was ist denn euer Lieblingswort mit G? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Glitzer, auch gut. Oh, das war offensichtlich. Aber eher wegen der Sache. Wegen dem Glitzer an sich? Ja. Als ich meinen Trailer dreh für meinen eigenen Kanal gemacht habe. Ja. Dieses Glitzer war einfach wochenlang überall in der Toilette, in der Badewanne, im Flur, auf mir. Egal, was ich angezogen habe, immer war überall irgendwelches Glitzerzeug. Das war echt krass. Das verstehe ich. Ich glaube, ich habe schon so viel Gurke. Egal. Das kann man übrigens noch essen. Ja, habe ich schon während des Nahrer gemacht. Okay, Gurke und Gouda. Abgemarkt. Fett. Ab in den Ofen. So, ich parke jetzt einfach auf diesem Brettchen hier, dass ich zu meiner Seite noch habe, die Gurkenwürfel, damit man später auswählen kann, wie viel wir tatsächlich nehmen. So, der Grünkohl ist noch gefroren. Ich mache den mal in Topf. Weil ich gerade so bei Gurke da ist, ich würde mal weiter mit der Gurke machen, die ganz fein, fein, fein hacken. Der sehr... Darf ich dir helfen? Bitte. Ja. Perfekt. Danke. Kein Problem. Eigentlich musst du ein bisschen Flüssigkeit zu. Schlechten Schluck Gemüsebrühe. Ja, kannst du machen. Mini, mini, mini Schluck. So, ich wusste ich Plämpfer. Plämpfern, alter. Das ist auch so ein Wort. Ich glaube, das ist der Berlin, oder? Total. Bei uns wäre es verschlappern. Ah. Was wäre es denn bei euch? Plämpfern, verschlabbern, verschüttelt. So, dann können wir ja eigentlich auch die Garnelen kochen. Jo. Ich glaube, es reicht sogar wirklich zu einer Hälfte. Okay, Burgies dann. Meine Schwester war immer so richtig heiß. Ich habe immer so Grape und aufgeschrieben und rausgelöffelt. Und die ist ja relativ bitter und zwar, aber ich mag keine bitteren Sachen. Äh, ich habe das auch gemacht, aber ich habe Zucker drauf gemacht. Ach so, Überraschung. Surprise. Ich dachte, das ist die klassische Art, wie man eine Grape ist. Anscheinend nicht. Nee. Soll ich mal eine große Schalung und das ganze Zeug am Ende Verein? Ja. Du kannst auch schon einen Topf mitbringen für die Glasmübel. Exakt, das dachte ich mir auch gerade. Oh, guck mal, ich muss mich gerade rücken. Der Gouda ist auf jeden Fall schon zerflossen. Oh, wow. Soll ich mal rein? Soll ich noch knusprig werden? Ja. Ja. Jetzt hat er ungefähr meine Hautfarbe. ich hole einfach noch eine schüsse wo wir das potenzielle dressing drin ist auch schön wie wir so alles machen um nicht an die grapefruit dran zu müssen das so wie wenn man für eine prüfung gelernt und auf einmal anfängt die wohnung aufzuräumen ok kommt ich schreibe es jetzt einfach auf ja na dann schön ich mache aber erst das brettchen worüber zumindest riecht überall jetzt schon nach gauda gucken wir uns das ganze mal an aber sehr und gut riechen tut sie so ich weiß mal die garnieren rein mach mal ich schäle hier so wie man den grünen kohl runter es gibt ja auch noch den granat apfel ja das immer eine riesensauerei probiert es mal ein bisschen bitter aber extrem gut gerade hier weg sie immer noch bitter aber gar nicht aber überhaupt sehr gut die passt perfekt da ich gerade ins gericht gut so wir haben wir hier die kerne raus ok der käse kann raus perfekt und die grapefruit kann hier rein so den park ist man hier dann gibt es jetzt ein bisschen joghurt eine die granatäpfel auch schon mal gerne die granatäpfel ganzen apfel den ganzen granatäpfel rein vielleicht schneide ich noch den granatapfel auf pack ihn hier noch so an die seite bei mir gibt es auch ein bisschen salz und ein bisschen herrung die garnieren sind inzwischen auch schon fertig herr da sind gar keine nudeln nein nur durchsichtig muss man noch ein dressing machen vielleicht machen wir einfach zu den gürtchen die jetzt hier noch so fein geschaffen aber ein bisschen öl vielleicht ein klein bisschen pfeffer salz ich diesmal die garnieren ab so ich glaube ich mache mir noch einen kleinen schluck wasser das irgendwie für das zu unflüssig hier oder nehme ich was in der gemüsebrühe hier nehmen einfach von der tasty gemüsebrühe ja sieht nach einem weirden dressing aus ist auch ein wildes dressing gut dann er würde ich sagen wollen wir mal kurz auf ok so ich würde mal die nudeln dann und abschrecken die käse kriegt da sind übrigens hervorragend geworden das stimmt so kann ich einfach mal direkt hier rein ja ich finde glas nur eine ganz spezielle ästhetik das stimmt stimmt so dressing jetzt drauf dann wälzen wahrscheinlich das lustige ist dadurch dass sie jetzt so pink und was auch drin ist und rot werden sich die glasnudeln auch gerade seiner mit ja der grünkohl 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 griechischer joghurt grünkohl hier ja 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 sieht fanny es sieht so lustig aus so hübsch sieht so aus gut aussehen tut aber ob es dem geschmack auch gefällt dieses g gericht das erfahren wir erst nach dem aufräumen gleich gott verdammt bist du bereit ich muss noch mal kurz festhalten wollen ich finde dafür dass es mit abstand jetzt die schwierigste war finde ich es ist visuell aber auch eine der schönsten bisher das stimmt also erst fertig on point so und jetzt kommt der geschmack ich würde jetzt hier rein brechen ja so gut gut also bis auf die great food ich ein bisschen zu bitter finde ich bin eigentlich ziemlich lecker ich bin die great food gerade lecker aber ich mag auch bittere sachen ich habe es ja nicht so mit sauren dingen und ich bin total geflasht es ist tatsächlich gleich so schlecht ja vor allem ich finde geil mit dem mit dem knusprigen käse da gibt es noch so ein dieses diese röstar oben ziemlich krass rein ja das ist sehr frisch so sehr lecker auch der grünkohl ist gar nicht auf ok wir haben nichts gesagt ihr habt sehr gut ausgesucht beim nächsten mal gibt es spießchen wir machen nämlich zu flachen und schreibt uns natürlich gerne zutaten mit den buchstaben j h h schreibt uns gerne noch zutaten mit den buchstaben h für die nächste black box challenge in die kommentare und wir sehen es beim nächsten mal tschüss